ja hallo zusammen zu einer weiteren aufnahme hellblade und den rest spar ich mir wie immer wir stehen hier vor dem schrein und wir wissen ja was passiert wenn wir ihn auslösen es wird feuer geben dessen ist man kann man sich sicher sein die frage ist immer nur wie gut kommt man weg wir werden es erleben wir werden gleich wieder rennen müssen auf jeden fall na ach was anderes bleibt uns ja gar nicht oh scheiße da oben müssen wir wohl durch oh man ist das schon sehr hallöchen na super jetzt fängt das auch an zu brennen oh scheiße das war es dann wohl gleich aber was soll ich denn ein anderes noch rennt sie noch rennt sie oh man ach bullshit was habe ich denn falsch gemacht ja don't give up du bist ja witzig oh bullshit die arme senua oh shit ah toll ganz großes tennis was passiert jetzt hey 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 I'm sorry. I'm so sorry. Oof, ohm. This darkness takes everything. Everyone. Senua, are you sure you want to do this? We can fight this together. Side by side. We always do. This is my battle. I have to face it alone. Away from you. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. I believe that can she not so easy to say. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise. I promise she will hold on to you. I will be dead. Come on. Why was that... Oh, you don't know it. You won't know it. Oh, you don't know it. Oh, you're dead. Oh, you're dead. Oh, you're dead. You've destroyed everything. Everyone. But not me. Fight me now! Ach, du ahnst es nicht. Arschloch! Aua! Ah, Bullshit! Ah, Bullshit! Jaha! Ich geb mir schon die größte Mühe aufzustehen. Steh auf, Senua! Alter, kann man gegen wen überhaupt ankämpfen? Das ist die große Frage. Stirb endlich! Einfach, so schnell wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ja, ja. Seht zu, dass du wegkommst, du Arsch! Arschloch! Du bist ein Arsch! Du bist ein großes Arschloch! Alter! Der macht aber richtig... Steh auf, Senua! Steh auf! Komm! Komm! Steh auf! Ach! Mann, ey! Ach! Komm! Komm schon! Falt tot! Opa! Arschloch! Ups! Ich sollte fokussieren! Ja, komm her! Komm! Komm! Steh auf, sei noch. Komm, steh auf. Oh, Mann. Du wirst jetzt nicht deine Kraft aufbauen, Arschloch. Au, 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 au. Ich soll fokussieren. Ihr seid ja witzig, ey. Ah, komm schon. Stirb einfach. Na, komm, Arschloch. Weg. Na ja, komm her. Na, komm, Arschloch. Wow, beim ersten Mal. Beim ersten Mal. Alla die Waldfee. Wahrscheinlich. Na, das habe ich ja doch gehofft, weil sonst wäre das ziemlich blöd geworden. Ja, danke, mein Freund. Darf ich dich Freund nennen? Ja, du hast. Wenn die Schmerzen kommt, ich versuche dich in diese Leben und die nächste. Hey. Äh. Ja, ihr Lieben. Das war der Gott des Feuers. Er war auch... Weiß ich gar nicht. Ich fand ihn leichter als den Gott des... Ja, der Raben, glaube ich. So hieß er, glaube ich. Ich fand ihn leichter zu bekämpfen. Warum? Die Liebe. Von wunderschön bis grausam. Nur noch Asche, diese... Ich war der Meinung, ich hätte diese Tür geöffnet. Nein, ich war nicht nur... Ich bin mir sogar sicher. Oha. Den kann man also einfach durchmaschieren. Witzig. Das nenne ich, glaube ich, eher ein Bug, als dass es Absicht ist. Äh, wo müssen wir jetzt eigentlich hin, ist die Frage. Ich würde sagen, wir müssen zurück. Ehrlich gesagt weiß ich aber nicht mehr, wie wir zurückkommen. Das könnte jetzt interessant werden. Bin hier alles täuscht. Oh, komme ich hier nicht mehr durch. Nein, hier komme ich nicht durch. Das hat man uns hier ganz klar verwehrt. Ich weiß es jetzt echt nicht, Leute. Fangen wir hier irgendwie dran vorbei. Ja, das könnte was werden. Was so gut war. Ich weiß das nicht. Na, nur hör auf zu röckeln hier, mein Freund. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich da lang. Was soll ich da noch ran? Ich kann mich hier irgendwie fokussieren. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es funktioniert. Nee, bin verwirrt, Leute. Was soll ich mich fokussieren? Normalerweise doch hier drauf. Warum funktioniert das jetzt nicht? Ich kann mir auch noch nicht weiter. Was mache ich falsch? Was schwimmt? Helft mir mal. Was mache ich falsch? Speichert wieder. Also hier komme ich auch nirgendwo weiter. Hier ist ja ganz dezent mal Schluss mit lustig. Und das Einzige, was eine Reaktion zeigt, ist dieses Teil. Ich weiß es gerade nicht. Hä? Hä? Ähm... 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 Hm... Okay, das ist jetzt merkwürdig. Irgendwas muss ich ja falsch machen. Ich werde den Spielstand nochmal neu laden, weil er hat ja gerade gespeichert. Und dann schauen wir mal, was da los ist. Wir sehen uns gleich wieder. Danke schön und bis gleich dann. Ja, hallo zusammen. Irgendwie ist das Ganze gerade etwas merkwürdig. Und ich weiß offengestanden nicht, ob es so gewollt. Äh... Ich habe das Spiel neu geladen. Und stehe jetzt in einer total dunklen Welt. Wobei das mit den Feuern und so... Das könnte so gewollt sein. Aber sicher bin ich mir ehrlich gesagt nicht. Sage ich euch ganz ehrlich. Aha. Das ist ja mal strange. Also entweder war das ein Grafik-Bug oder ich kann es euch nicht sagen. Und das hat alles gar nichts geholfen, was ich gemacht habe. Ne, das sieht ihr mir noch ein... Genau. Ja. Das ist ja wunderbar. Aber ich hoffe, also es kam ein Patch 101. Was soll das? Ich bin gerade verwirrt. Ich soll fokussieren. Ja, ein Traum. Auf was? Auf das Opfer. Ja, schön. Ach Leute, ey. Manchmal frage ich mich, was die Entwickler wirklich machen. Also es gibt ja zwei Varianten. Ich bin zu doof. Variante 1. Variante 2, weil das mit dem... Mit der Grafik eben war seltsam. Ähm... Der Spieler hat einen Bug jetzt. Ich weiß nämlich nicht, wie er weiterkommen soll. Er speichert jetzt wieder. Das ist ja traumhaft. Wir werden da auf der anderen Seite irgendwas übersehen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ich renne nochmal zurück. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Da kommen wir nicht weiter. Das kann ich so schon sagen. Da könnten wir jetzt theoretisch nur die Treppe hochgehen, was uns wahrscheinlich nichts bringen wird. Ich tue es jetzt trotzdem mal. Ja, und hier ist Schicht im Schacht. Genauso wie ich mir das gedacht habe. Wäre natürlich ein Traum, wenn die es jetzt bei dem Spiel auch geschafft hätten. Was mich alleine schon so wundert, ist, dass ich hier so durchmarschieren kann. So schwupp. Kann nicht sein. Habt ihr es echt geschafft? Bis hierhin, bis zu dem Update lief es super. Keine Schwierigkeiten, rein gar nichts. Mal hier lang. Ich glaube, dass mich das wirklich nach vorne bringt. Das haben wir gesehen. Das bringt uns aber alles nichts. Also rein gar nichts. Ich kann es mal hier rüber gehen. Aber ich glaube auch nicht, dass uns das weiterhilft. Dann gehen wir hier runter. Okay. Okay, hier waren wir ja schon. Das kennen wir ja auch schon. Wo geht es hier nochmal. Ich glaube, da durch. Mein Orientierungssinn ist auch immer wieder toll. Ich glaube, dass wir da hinten eigentlich sowieso nichts machen konnten. Wenn nur ich zu blöd bin, das zu schnallen, weil wir da schon gewesen sind. Ne, da geht es nicht weiter. Ach, ist das schön. So einen tollen Orientierungssinn zu haben wie ich. Geht es aber auch nicht weiter. Meine sind nur da gewesen, um sie vorhin zu bedienen. Geht es auch nicht weiter. Aber wo ist denn hier nochmal der Ausgang? Eine Map wäre jetzt toll. Aber das wird uns dieses Spiel nicht geben. Hier waren wir ja, um hier das erste Mal, glaube ich, dem Feuer zu entkommen. Ja. Ich irre hier gerade, wie blöd rum. Ich weiß. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist. Keine Ahnung, Leute. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ich weiß. Ja, echt nicht, ne? Irre hier gerade wirklich völlig ziel- und planlos durch die Gegend. Tja, was soll ich sagen? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich bin gerade komplett lost. Nett. Kann mir mal einer den Weg erklären. Ne, das ist ja auch wieder voll für den Arsch hier. Okay, ihr Lieben, wir machen das so. Ich mache jetzt hier eine kurze Pause, suche mir den Weg und melde mich dann im Anschluss wieder. Beende die Folge aber hiermit auch. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Tag oder wann immer ihr da schaut und sage bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Tschüss. In this waking nightmare, where all your dreams come true, you searched for control, a way to pull through. When you were in love, you left him in tears, to smother your furies, and banish your fears. But in darkness they came, through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams, and now that you're home, he's so far away, they've taken his soul. To these gods you cannot pray, they can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him in your sword, still peace in your heart. He fought for love unspoilt, by your darkness within. He fought for your dreams, now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. Soon must carry his vessel to bring him back home.